Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Crafter. Wir sind zurück und wir haben Oberschienen tatsächlich schon angebaut. Ich war so intelligent und habe da keinen Samen reingeklebt. Gut, super. Aber wir haben zwei Oberschienen, das heißt wir können zwei neue Algen-Generatoren bauen. Und ich würde tatsächlich nochmal weitere Oberschienen anbauen wollen. Denn das bringt uns momentan am meisten. Dann haben wir dreimal Oberschienen hier drin, dreimal Pilze, dreimal Böhnchen hier drin. Und wir können jetzt aber zwei weitere Algen-Generatoren schon mal craften. Das ist nicht schlecht. So, zweimal hiervon. Die bringen nämlich ordentlich Sauerstoff, nämlich 127 Sauerstoff. Ich glaube die Tubes bringen weitaus weniger, vor allem kostet sie Energie. Und zwar recht ordentlich. Und die bringen, ja, 39. 52 sind mega ineffizient eigentlich, wenn man das genau nimmt. Aber wir brauchen auch hierfür wieder Wasser erst. So, Wasser. Wasser, sehr schön. Gut, dass ich davon zwei gecraftet habe. So, Magnesium und Superlegierung. Superlegierung werden wir, glaube ich, gleich mal losfliegen müssen. Superlegierung haben wir gar nichts mehr. Wir können zwar welche herstellen, aber wir brauchen Aluminium dafür. Okay, zweimal haben wir noch. Okay, machen wir. Zweimal Superlegierung. Das bedeutet, eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei. Okay, Eis nochmal einstecken. Warst du das schon? Kobalt? Kein Thema. Eins, zwei. So, Superlegierung eins. Superlegierung zwei. Algen-Generator. Hey ho, let's go. Ah, Magnesium. Wobei, das können wir schon abbauen. Wo ist Magnesium? Da ist Magnesium. Und dann bauen wir uns hier vor allem die Algen erstmal jetzt hin, wo wir eh gerade sind. Okay. Ähm, wir brauchen eine Uran-Rakete. Wir haben keinen Uran mehr. Ähm, Kobalt, Kobalt, Magnesium, Aluminium. Wie viel sind wir drunter? Okay, wir müssen einen Sonnen-Kollektor wieder aufstellen. Magnesium, Silizium, Aluminium. Aluminium, Silizium, Magnesium. Kobalt. Wir müssen einen Sonnen-Kollektor wieder aufbasteln. Dass wir wieder Energie haben. Äh, die kommen eh weg. Äh, egal. Kommt eh wieder weg. So, wir brauchen super... Also, wir haben jetzt tatsächlich ordentlich Material verhauen. Richtig ordentlich Material verhauen. Aber wir sind auch gut vorwärts gekommen, glaube ich. Insgesamt sollten die Werte gut steigen. Wir müssen bald den nächsten Dinger freischalten. Bisschen was erkundet haben wir in den letzten Folgen auch. Das war auch nicht so verkehrt. Und jetzt würde ich sagen, ja, müssen wir losziehen. Und wir werden einmal Sauerstoff und Wasser nochmal tanken müssen. Hast du schon wieder Wasser? Jo, sehr nice. Und Superlegierung brauchen wir auf jeden Fall. So, Kürbis. Bingo. So, Bohrer laufen. Gut, wir fliegen nochmal in Richtung der Berge. Und werden da jetzt nochmal Superlegierung abbauen. Da müsste noch ein bisschen was rumliegen, hoffe ich zumindest. Zumindest auf der... Ich glaube, so linksseitig müsste noch ein bisschen was rumliegen. Aluminium liegt auch noch unten im Canyon rum. Da können wir auch noch ein bisschen was abbauen. Wenn man gerade herzlich wenig sieht... Alter, du siehst ja gar... Das... Das war doch noch nie so dunkel. What? Das war die ganze Zeit nicht so dunkel. Selbst in... Selbst bei der... Also jetzt mal ohne Witz, selbst bei der Nacht fast nicht mehr ansatzweise dunkel. Nice. Was ist denn nix? Das ist nichts. Soll ich da Superlegierung finden? Soll ich mal in meiner 10 hier. Da, Eisen kann man trotzdem mal mitnehmen. Boah, wie will ich... Das finde ich... Okay. Das macht absolut keinen Sinn gerade. Wir gehen mal zu der Höhle, die wir gefunden haben. Wir gehen ganz kurz Sauerstoff nachfüllen. Aber wir müssen dann gleich mal zu der Höhle, wo wir waren. Alter Verwalter. Ähm, wir brauchen dreimal... Okay, Eisen. Dreimal Eisen, zweimal Titan, einmal Silizium. Ah, es wird heller, oder? Na, egal. Eisen. Magnesium. So, jeden war ja eine Höhle. Silizium. Ne, Magnesium. Eisen. Titan. Silizium. Sehr schön. Silizium. Titan. Da war die Höhle. Moin. So, Schwefel. Osmium. Osmium. Schwefel. Schwefel. Osmium. Osmium war gar nicht so viel, deswegen ist es ganz günstig hier. Osmium. Osmium. Schwefel. So, hier schmilzt immer noch das Eis. Oh. Ja, guck mal einer an. Ach, du Heiliger. Okay. Oh, Kiste. Tefel. Osmium. Dünger, nice. Müssen wir nicht herstellen. Das ist wiederum ganz cool. Wir können mal einen Pflanzenkübel bauen. Mich würde nämlich mal interessieren, wie das dann tatsächlich funktioniert. Okay. Von wo kamen wir jetzt? Von da nicht. Wo sind wir denn jetzt? Oh Gott, volles Höhen-System. Von da kamen wir, oder? Von da kamen wir. Ja, von da kamen wir. Oh Gott. Okay, das wird übel. Ähm. Okay, bisschen Platz haben wir noch. Okay, mal gucken. Okay, hier wäre noch Osmium. Osmium. Sackgasse. Okay, Schwefel. Die Platz haben wir nicht mehr. Aber was schon. So, Osmium. Okay, das hier ist tatsächlich Sackgasse. Da ist noch Osmium frei geworden. Also man sieht, das Eis schmilzt tatsächlich immer weiter weg. Und weiter weg. Also du machst auch immer wieder neue Wege dann frei. So, wir gehen nochmal schnell Sauerstoff tanken. So, Schwefel. Ich habe jetzt keine Superlegierung, aber Osmium die Taschen voll und Schwefel die Taschen voll. Wobei, wir kommen nochmal her. So, wir fliegen außen rum. Vielleicht sehen wir hier noch irgendwie was, was wir abbauen können. Da ist nix. Satz mit X. Ich glaube, da sieht das, glaube ich, ganz gut aus, wenn wir da versuchen abzubauen. Hier hoch kommen wir nicht. Ich glaube, wir gehen nach hinten nochmal hin und gucken da nochmal. Und da hinten kam er auch noch irgendwo raus. Schwierig. Aber tatsächlich, entweder wir finden Aluminium oder wir nehmen Aluminium mit. Im Canyon liegt noch ein bisschen Aluminium, das weiß ich. Da hinten, glaube ich, auch. Aber sonst wird es schwierig. Oder wir kriegen neue Baupläne freigeschalten für anderes Zeug. Wasser können wir ein kleiner Mal trinken. So, rein damit. Schwefel, Schwefel hatten wir hier, oder? Schwefel. Massenweise Schwefel. So, Dünger, Pflanzen, Samen, Wasser. Park mal schnell hier zwischen. Richtig schnell zurück. Dass wir das in der Folge noch alles schön erledigen können. Wir fliegen zurück. Wir fliegen mal links wieder zurück. Wir hoffen, dass wir noch irgendwo auf Zeug stehen. Wobei, wir können auch durch den Canyon fliegen. Und dann kriegen wir zumindest das Dings mit. Vielleicht noch ein bisschen Aluminium raus. Wäre ganz nice, wenn wir irgendwas in der Richtung zumindest ringen. Vor allem ist es wieder hell. Wir sehen zumindest wieder was. Und Aluminium, du siehst eigentlich ganz gut, das glitzt das so ein bisschen. Allerdings, hier waren wir schon. Ich glaube, ich habe hier schon alles an Aluminium weggebaut. Da ist zumindest was. Wir können auch super, die Superlegierung natürlich auch selber herstellen. Aber im Idealfall finden wir es. Oh, hi. Sehr schön. Aluminium. Aber ich würde die Höhle da hinten interessieren. Oh, da geht es auch noch ewig weit nach hinten. Hier ist nämlich auch so ein bisschen, so ein kleines bisschen versteckt, finde ich. Eis müsste noch mehr geschmolzen sein. Wenn nicht, schmilzt es noch. So, hier. Da, da, da. Da ist nichts. Das hier. Hier nur die Standardmaterialien. Da liegt die Kiste. Auch Aluminium dabei. Wo sind wir denn aber hier? Wo sind wir denn hier gelandet? Wo sind wir denn hier gelandet? Silizium. Silizium. Eisen. Dreimal Eisen haben wir. Wir brauchen noch Titan. Kiste. Da liegt die Tarn. Boah, das ist... Also, ich weiß nicht. Es hat sich tatsächlich mal einer über die Karte beschwert. Ich weiß nicht, wie man sich über die Karte beschweren kann. Ist ja unglaublich groß. So. Okay, auch wieder ein bisschen Adel. Die ist gigantisch, finde ich. Und das ist ja noch nie mal alles. Wir wissen es ja nach wie vor, es ist Early Access. Frage ist, ob ich da wieder hinfinde. Alter Verwalter. Ah! Ach, guck mal. Ah! Guck mal eine an. Ah, da sind wir. Okay, jetzt kann ich es zuordnen. Holla, die Waldfee. Krass, aber hier hast du auch einen ordentlichen Canyon beieinander. Du kommst auch da überall hoch eigentlich. Und hier kleben auch Materialien überall. Okay, interessant zu wissen, ist natürlich, was du da hinten hast. So, aber Aluminium gibt es hier keins. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich hier noch ein bisschen Aluminium vielleicht abbauen kann. Oder irgendwas in der Richtung. Das sah aus wie eine Kiste, ist aber keine Kiste. Ah! Da kommen wir in Richtung des, ähm, keine Ahnung. Kreises Bogens. Bogens. Kurz mal Bogen. Alter, der ist aber weit weg. Ach, du heiliger. Okay. Warte mal. Ähm. Titan. Okay, zweimal Titan. Äh, Eisen 3. 1, 2. Ah, Silizium 1. Eisen. Eisen. Ach du Scheiße. Okay. Ähm. Wir müssen auch wieder zurück. Aber jetzt nicht nur sauerstoffbedingt, sondern auch natürlich nahrungsbedingt und alles andere. Aber wenn wir jetzt schon mal da sind. Ganz ehrlich. Guck mal, was wir hier luteinisch so rauskriegen, oder? Superlegierung. Aluminium. Noch mehr Aluminium. Nehmen wir jetzt nur schnell mal das Wichtigste. Ach du Scheiße. Nehmen wir jetzt nur mal das Wichtigste mit. Hallo? Weg da. Äh. Wasser ist ganz gut tatsächlich. Uran brauchen wir. Iridium können wir abbauen. Uran ist aber nicht verkehrt. Ich hätte gern Baupläne. Baupläne. Wo seid ihr? Ach Gott. Das ist ein Riesending hier. Aluminium. Ach du Heiliger. Uran, Uran. Ja das ist das Problem. Wenn du die Kiste nicht dekonstruierst. Weiß ich nicht an welche ich schon rangekrabbelt hab. Oh. Cool. Hier bildet sich auch Wasser. Oh nett. Okay. Wir gucken uns das schnell mal an. So viel Zeit haben wir. Wir haben jetzt vor allem kurz Wasser gefunden auch. Was ist das? Stargate? Stargate für Größenwahnsinnige? Hier ist auch Wasser. Aber sonst materialtechnisch? Eher Flaute, oder? Wisste? Oh. Oh ja. Das hat sich gelohnt. Das hat sich richtig gelohnt. Allmächtiger. Das ist so riesig. WTF. Okay. Materialien gehen auf jeden Fall hier nicht aus. Alter Verwalter. Können wir da hoch? Okay. 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 Danke fürs Gespräch. Ich will da ganz oben hinstellen. Ich will mich da ganz oben hinstellen. Aber dazu brauche ich ein bisschen mehr Wasser und alles. Wir gehen mal ganz kurz nochmal rein. Aber da will ich mich draufstellen. Und wer ist das Letzte? Wahrscheinlich wird es das Letzte sein, was ich tue. Aber ich will mich da draufstellen. Schwefel. Ach, hier waren wir schon. Boah, ist das riesig. Ach, du Scheiße. Okay. Oh, Bauplane. Raus. Rein. Oh. Okay. Das ist... Okay. Das ist so ziemlich die größte Basis, die... Die Zweiheizung. Das ist so ziemlich die größte Basis, die wir bis jetzt gefunden haben. Ähm, Raus. Äh, droppen. Droppen. Einsammeln. Einsammeln. Ähm, droppen. Droppen. Einsammeln. Einsammeln. Okay, das ist so ziemlich die größte Basis, die wir bis jetzt gefunden haben. Mit Abstand. Äh, ich glaube da, 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 da. Alter. Aber ich komme da nie wieder raus. Okay. Gut. Taschen sind voll. Einen Neubauplan haben wir im Moment. Okay, wir kommen auf jeden Fall nochmal hin. Ähm, wir müssen jetzt nochmal gucken, kommen wir da hinten auch lang? Geht da schonmal nicht, da auch nicht. Aber ohne das Shadping bist du ja echt aufgeschmissen. Also es ist gut, dass wir das reingemacht haben. Die Größenverhältnisse sind ja mega. Ah, okay. Einfach nur hier entlang. Guck mal, da kommt es ganz... Ja, da kommt es ganz normal ins Biom. Sehr schön. Aber was heißt das... Ja, gut. Ich nehme an, dass es unterschiedliche Biomen sein soll. Tatsächlich. So, man kann auch überall runterspringen mit dem Jetpack, was ganz gut ist, ohne dass du drauf gehst. Okay, einfach nur immer geradeaus. Dann sind wir wieder bei dem Ring. Ah, ha, ha, ha! Au! Okay. Ähm, goldene Kiste Nummer zwei. Jetzt haben wir ein Problem. Ähm, raus. Raus. Ja. Ja. Ähm. Raus. Ja. Raus. Raus. Rein. Rein. Raus. Raus. Ähm. Rein. Keine Ahnung. Rein. Okay, wir haben die nächste goldene Kiste gefunden. Gar nicht so gut versteckt. Ich weiß auch, wie da rein ist. Glück war, dass wir da jetzt vorbeigeflogen sind. Ich würde die gerne noch abbauen. Es gibt eine super Legierung, aber meine Taschen sind voll mit richtig geheimen Stuff. Aber wir werden die nochmal finden, glaube ich. Ich weiß jetzt, wo sie liegt. Die werden wir nochmal finden. Die andere war hier unten drunter übrigens. Gleich abgebaut. Krass. Die nächste goldene Kiste gefunden. Yes. Super Folge würde ich das nennen wollen, oder? Einwand frei. So, wie geht's hier vorwärts? Wupp. Vor allem, wir haben einen Uranstab. Wir können ein weiteres Kraftwerk bauen. So, wie sieht's jetzt hier aus? Zwölf. Oh ja, auch gleich fertig. Hier waren es 1,5, 1,25. Auch gut. Okay. Ähm, erstmal hier rein. Da rein. Superlegierung. Superlegierung. Uran. Wasser können wir gleich mal trinken. Uran, 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 Uran. Uran, Uran. Aluminium. Aluminium. So, äh, Klebstoff. Superlegierung. Superlegierung. Bauplan. Schaukasten. Na super. Ja, Deko. Okay. Ja, gut. Ja, Schaukasten. Ja. Ja. Ist ganz nett, aber ist jetzt leider nicht das, was ich mir erhofft habe. Nett, aber ja. Sind die Auberchinen? Oh, die Auberchinen sind fertig. Wir brauchen weitere Eigengeneratoren. Okay. Auberchinen haben wir fertig. Dann haben wir das hier. Wahrscheinlich brauchen wir eh, oder? Genau. Bio-Klumpen. Eins, zwei, drei. Haben wir dreimal Auberchine? Eins, zwei, drei. Nice. Dreimal Algen. Und einmal Energie brauchen wir auf jeden Fall. Äh, Magnesium, Wasser. Oh, komm mal wieder. Komm, Astroiden. Komm, Astroiden. Oder wieso hört sich das so an? Oh ja, wir haben schon ewig keine Astroiden mehr. Ähm. Yay. Okay. Bin mal gespannt jetzt. Also mittlerweile ist die Basis so groß, dass sie nicht mehr verfehlt werden kann. Ich weiß, wenn... Sollte es tatsächlich so sein, dass der in die Basis einsteht und die Basis kaputt ist. Ähm. Deinstalliere ich... Deinstalliere ich das Spiel. Weil du kannst, außer du kriegst irgendwann ein Raketenabfangsystem oder sowas. Wäre möglich. Dann okay. Äh. Oh. Wenn du Raketenabfangsystem bekommst, ist es von mir aus. Aber wenn du es eben nicht bekommst... Achso, ich sollte vielleicht aber, bevor ich mich hier außen hinstelle, zum Beispiel volle Energie hier außen hinstellen, oder? Wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Ähm. Ist jetzt auch noch keiner getroffen. Würde gerne mal sehen, indem ich meine einschläge. Das muss reichen. Oder die verfehlen einfach grundsätzlich die Basis. Wobei das schon sehr ausgeklügel wäre, weil du die Basis halt überall hinbauen kannst. So, letzten zwei. Trifft der? Ohne Scheiße. Würde gerne mal einen einschlagen sehen. Nee, auch zu weit. Okay, keiner hat getroffen. Schade, ich hätte es gern gesehen. Gut. Ähm. Dreimal, habe ich gesagt, oder? Dreimal. Das heißt, wir brauchen dreimal Superlegierung, dreimal Magnesium. Dreimal Superlegierung. Dreimal Magnesium. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, das wird uns allerdings energiethechnisch, ja, rauswerfen. Das sage ich doch. So, eins, zwei, drei. Und da noch einen hin. Aber wir haben hier mittlerweile einen grünen Seen gebastelt. Dadurch. Und jetzt Sauerstoff ohne Ende. Und Biomasse produzieren wir natürlich auch damit. Okay, wir brauchen aber erstmal ein weiteres Kernkraftwerkchen wieder. So, Wasser haben wir. Superlegierung. Brennstab. Ach, guck mal, reicht ganz genau. Brennstab. Zweimal Wasser, glaube ich, nur. Das heißt nur. Genau. Und wir brauchen Eisen. Eisen, 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 Eisen. Wobei, hätte ich nicht mal gebraucht. Ähm, so. Der nächste. Gut. Dann können wir hier schon mal den nächsten hinbauen. Das ist so übel. Wir haben so einen Energieverbrauch, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Okay. Frage ist, wie wir als nächstes weiterbauen. Äh, ich würde tatsächlich, ich glaube, von der Welt, genug Eisen haben wir erstmal wieder. Wobei, man kann nie genug Eisen haben in dem Spiel. Die einzige Ressource, die du echt unglaubliche Mengen brauchst. So. Eisen, 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 Eisen. So. Wir haben die Goldene Samen mit 600%iger Effizienz. Ähm. Die werden wir definitiv einsetzen. Weil es einfach nochmal mehr bringt. Wir hauen so einen raus hier. 600% rein. 300%iger sind es aber auch immerhin alles. Alles 300%iger. Oder hier 400% sogar. Hier haben wir, glaube ich, nur... Ah, 600%. 300%. 200% nur. 300% bringt natürlich auch mehr. 200%, 300%. 400%. Danke fürs Gespräch. 400%. Auch nochmal da ein bisschen was rausgeholt. So, Energie. 65%. Gut. Wärme steigt. Sauerstoff steigt. Luftdruck steigt. Biomasse steigt. 4 Gramm die Sekunde. Cool. Terraforming 24 Millionen. C 45% sogar bei Seen. Steigt auch ziemlich gut, oder? Ah, wobei es geht. Bisschen schneller wäre noch ganz nice. Gut. Ah, guck mal, GPS. Aber tatsächlich, wir haben einen Satelliten, der dauerhaft Live-Bilder sendet. Auch hier die Wolke sieht man beispielsweise. Und man sieht jetzt hier die Pflanzen, die waren vorher noch nicht da, wo ich die Rakete gestallte. Ich habe eigentlich gedacht, das Ding macht ein Bild und das hast du dann. Aber es macht tatsächlich kein... Also es macht kein Bild, sondern es ist eine dauerhafte Live-Übertragung. Cool wäre, wenn du hier schwenken könntest. Also das bitte irgendwie noch einbauen. Ich finde das trotzdem... Also das war das Enttäuschendste bis jetzt. Mit Abstand. So, was bauen wir denn noch? Wärme eigentlich noch. Iridiumstäbe. Oh! Bio-Kuppel. Äh. Bakterien-Kuppe? Moment. Äh. Ah hier, Algen-Generator. Bei 25 Kilo kriegen wir einen Algen-Generator. Züchtet unter Wasser Algen, erzeugt Biomasse auf einer Wasseroberfläche platzieren. Äh. Bakterien-Probe. Äh. 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 Züchtet unter Wasser Algen, erzeugt Biomasse auf einer Wasseroberfläche platzieren. Krieg ich da Algen raus? Ich wusste, du kriegst die Algen her. Äh. Ich kann das aber nicht looten. Kann Algen ab. Ach Gott, schon wieder. Jetzt übertreibt er aber. Jetzt übertreibst du aber. Warte mal, wir gucken das mal von dir oben an. Zerschmettere mich. Wo kriegen wir denn Algen her? Dadurch nicht. Züchtet unter Wasser Algen. Aber ich kann die nicht abbauen. Boah, das sind auch viele. Vor allem am besten in die Kernreaktoren. Hast du mich? Ein Astroiden-Schauer ist eher scheiße für Kernreaktoren. Aber irgendwie schlagen die alle irgendwo ein. Aber wir hatten schon lange keinen Sturm mehr und auf einmal kommen es alle. Der da kommt, glaube ich, direkt auf. Es kommt direkt auf. Es kommt direkt auf. Oha. Aber über mir. Die schlagen auf Wasser auf und zersch... Okay, ich hab's jetzt leider nicht gesehen, aber der ist direkt in meiner Basis zerschellt. Okay, meiner Basis geht's gut, glaube ich, oder? Es liegen zwar Steine drauf, aber es ist nichts beschädigt. Also die Basis kann nicht kaputt gehen. Okay, immerhin. Aber wo krieg ich denn jetzt Algen her? Ich glaube, tatsächlich hier. Züchtet unter Wasseralgen erzeugt Biomasse auf einer Wasseroberfläche. Algengenerator... Nee, T2 einfach nur. Biologische Möglichkeit ermöglicht das Herstellen von Biorezepten. Ja, das ist das hier, oder? Okay, Biomasse-Rakete. Erhöht Biomasse. Blumenstreuer T2. Blumenstreuer. Wo krieg ich denn Algen her? Äh? Ich brauch Algen, aber wo krieg ich Algen her? Wo krieg ich denn Algen? Das ist alles soweit selbsterklärend. Aber wo krieg ich denn Algen her? Methankartusche. Mutagen. Wo krieg ich denn Algen her? Bakterienprobe. Und Dünger. Wir brauchen für alles Algen. Wo krieg ich denn Algen her? Kann ich doch nicht abbauen. Hyderation? Ja, ja. Ich war so sehr mit den Asteroiden beschäftigt. Äh... Wie kriegen wir Algen? Ah! 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 Doch, wir kriegen so Algen. Ah, okay. Die Dinge... Ah! Ah! Gut, dass ich so viele gebaut habe. Und die wachsen immer wieder. Also praktisch auch wie Wasser. Okay. Boah, okay. Wir haben mehr als... Ja, wir haben ein paar Algen. Gut, dass wir so viele gebaut haben von den Dingern. Sind brauchbar auf jeden Fall. Taschen voll? Ja, so langsam. Ich glaube, wir haben genug. Okay, so kriegen wir also Algen. Nice. So, ein paar gehen noch. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Okay, so kriegen wir Algen raus. Nett. Wo bald? Von den Asteroiden übrigens, wenn die so da liegen. Okay, Algen haben wir. Algen haben wir. Und zwar ganz viele. Okay. Das heißt... Aubergine. Finde den Fehler. Stufe 2 Dünger. Okay, Aubergine. Wieso wollen die immer alle Aubergine haben? Schließt sie mir nicht. Ähm... Okay, raus damit. Äh... Raus damit. Raus damit. Rein damit. Raus damit. Äh... Rein damit. Raus damit. Raus damit. Rein damit. Wir brauchen mehr Aubergine. So, Aubergine, Aubergine, Aubergine. Essen. Aubergine. Gut. So, wir müssen jetzt warten, bis die fertig sind. Hier sind wir 67% erst. Okay. Ähm... Dann können wir den Dünger bauen. Die Bakterienprobe brauchen wir Wasser für. Okay, Wasser ist kein Thema. Wir haben zwei Wassersammler gebastelt. Das heißt... Ich brauche aber neue Schränke. Im Idealfall. Wir brauchen mal Eisen. Ist das wenig drin? Kann mir hier noch Eisen rumfahren? Ja. Vier... Fünf... Sechs... So, zwei Schränke. Ich würde jetzt einen Schrank bauen für Algen tatsächlich. Das heißt, wir bräuchten aber irgendwo noch ein Lager eigentlich. Schwierig. Wobei, wir bauen das hier hin. Wir bauen hier. So. Drehen, 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 drehen. So. Algen kommen hier rein. Davon haben wir mehr als genug. So. Algen. Und hier... Moment, die kommen da rein. Okay, und Wasser. Wasser. Eigentlich würde sich hier eine Schrankwand anbieten. Wenn wir hier die Schränke entlang ziehen. Wasser kommt mal hier rein. Dann haben wir hier Nahrung und so Zeug. Oh, es regnet. Okay, Algen. Hupp. Oh, müsste das eigentlich... Bei Regen müsste das ja eigentlich sofort wieder voll sein. Okay, Wasser haben wir. Wasser haben wir. Wasser und Algen. Faktärien. Äh, Wasser fehlt. Bakterien. So. Dann brauchen wir... Dünger zweimal. Viermal Aubergine. Die ist am Wachsen und am Bauen. Ja, trotzdem... Ja, okay, Mist. Aber, ja. Pilze. Wo haben wir Pilze eigentlich gebraucht? Pilze. Guck mal, haben wir Pilze gebraucht. Ah ja, für die Bio-Kunststoffgedönse. Silizium und Wasser. Silizium und Wasser für Kunststoff. Ähm... Die Pilze müssen wir auf jeden Fall aber auch jedes Mal dann abbauen, weil ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr von dem Zeug auch. Das heißt, die Pilze lagern wir am besten hier mit rein. Genauso wie das Zeug. Und dann haben wir noch Stoff. Schüttet's aber ganz schön hier. Solange so kriegen wir auch schlecht Wetter zusammen. So, Stoff haben wir. Stoff haben wir doch gar nicht gebraucht, glaube ich. Okay, Bio-Kuppel. Dann haben wir eigentlich alles. Also Dünger noch. Wir müssen halt jetzt noch mal auf die Uberschienen warten. Aber dann haben wir zumindest da alles. Und als nächstes Bohrer T4. Okay. Und auf Kernreaktor freue ich mich ehrlich gesagt am meisten. Eizung bei 63. Wassersammler sammelt und filtert Wasser von Wasseroberflächen. Eigentlich auch nicht verkehrt. Aber dauert noch ein bisschen. Sauerstoff dauert auch noch... Sauerstoff dauert noch ewig. Das hier geht eigentlich, aber Sauerstoff dauert noch ewig. Bohrer bei 41. Dauert auch noch sehr lange. Kernreaktor haben wir bald. Saatgutstreuer. Platziert einen Samen darin, um draußen auf einer kleinen Fläche Blumen zu züchten. Das geht eigentlich sogar, glaube ich, auch. Und Seen sind bei... Ah, 50% haben wir gleich erreicht. Immerhin. 50% Seen. Sehr schön. So, Wasser hat man hier noch drin. Sauerstoff hast du mir noch drin. Iridiumstab können wir auch drin lassen. Rakete. Ich glaube, Uranrakete wollte ich starten. Und Rakete müssen wir auch wieder bauen. Ich bräuchte noch mehr Superlegierung. So, Wasser. Kouvergine. 82%. Alles bei 82%. Ja, das wird erst in der nächsten Folge soweit sein. Das ist jetzt voll. Eins. Enttäuschend. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Basis ist krass gewachsen. Das würde ich, glaube ich, sogar erstmal so lassen. Mal gucken. Da müssen wir auch noch irgendwas hinbauen. Es passiert nichts, wenn ein Asteroid einschlägt. Das wissen wir mittlerweile auch. Wir haben unsere Energie jetzt mittlerweile endlich ausgelagert. Ich hoffe auf die neuen Kernkraftwerke, dass wir die kriegen. Haben wir gerade Energie eigentlich übrig. Ja, aber 97 liefern unsere Sonnenkollektoren. Wir müssen Sonnenkollektoren, welche wir auf jeden Fall komplett abreißen. Die sind so ineffizient. Und Rest sieht eigentlich auch ganz gut aus. Dann können wir Bio-Kuppelstufe 2 bauen. Sauerstoff 1450 Sauerstoff. Okay, das ist natürlich auch krass. Aber Energie 75. Allein die kostet einen Kernreaktor. Bin mal gespannt. Vor allem die Frage ist, wo muss das Ding hinbasteln? Das würde ja groß sein. Äh, brauchen wir noch Fundamente. Das bedeutet wiederum, wir brauchen mehr Eisen. Können wir eigentlich... Ich glaube, man muss echt mal Zeug bauen, dass wir wieder Zeug wegmachen können. Also verschrotten können. Ah, komm, was machen wir noch? So. Sortieren. Titan. Eisen. Magnesium. Silizium. Nehmen wir wieder ein bisschen Eisen zusammen. Wir müssen mehr Fundamente bauen. Auf jeden Fall. So, Eisen, Eisen, Eisen. Magnesium, Magnesium, Magnesium. Da haben wir doch ein bisschen was gebraucht. Da kommen wir aus Silizium. Der Schrank war halb leer. Jetzt ist sie wieder voll. Und Titan hat man sowieso noch nicht so viel. Ja, ich würde sagen, für die Folge war es das Ganze. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Die Basis wächst und wächst. Danach Bio-Kuppel, die nächste Version. Wir haben noch viel zu erkunden. Krass viel zu erkunden vor allem. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht es gut.